Domenico Criscito ist ein italienischer Fußballspieler, der aktuell beim russischen Verein Zenith St. Petersburg unter Vertrag steht. Karriere Domenico Criscito entstammt der Jugendabteilung von CFC Genua. Bereits in der Saison 2002-03 debütierte er für die Profimannschaft in der Serie B. Im Jahr 2004 sicherte sich Juventus Turin für 1,9 Millionen Euro die Hälfte seiner Transferrechte. Bei Juve spielte er in der Jugendmannschaft Primavera und nahm eine sehr vielversprechende Entwicklung. In der Saison 2005-06 trainierte er bereits in der Profimannschaft mit. Zur Saison 2006-07 ging Criscito zurück nach Genua und konnte bereits in der Saisonvorbereitung seinen Trainer Gian Piro Gasperini mit guten Leistungen überzeugen. In der Folge wurde er Stammspieler in der Verteidigung des Serie B-Klubs. Aufgrund seiner ansprechenden Leistungen entschied sich Turin im Januar 2007 schließlich, Genua seine 50 Prozent der Transferrechte an Criscito abzukaufen. Als Preis wurden 7,5 Millionen Euro ausgehandelt, wobei Juventus 5,25 Millionen zahlte und weiterhin seine Transferrechte an Andrea Masiello und Abdulej Konko an Genua abtrat. Criscito unterzeichnete bei Juve einen Vertrag bis 30. Juni 2011, spielte aber noch bis Saisonende für Genua und schaffte mit dem Klub den Aufstieg in die Serie A. Zur Saison 2007-08 kehrte er zu Juventus zurück und war, auch wegen der Verletzungen von Jorge Andrade und Jean-Alai Boumson, zu Beginn der Spielzeitstammkraft. Nach einigen oft seiner Unerfahrenheit geschuldeten Fehlern, musste Criscito heftige Kritik aus den Medien einstecken und wurde von Trainer Claudio Ranieri im weiteren Verlauf der ersten Halbserie häufig nicht für die Startformation nominiert. Im Januar 2008 kehrte er leihweise für den Rest der Saison wieder nach Genua zurück und war für den Rest der Saison dort Stammspieler. Im Sommer 2008 kaufte Genua die Hälfte an Criscitos Transferrechten von Juventus, außerdem wurde auch eine Kaufoption vereinbart. Nach zwei Spielzeiten als Stammkraft in der von Gian Piro Gasperini trainierten Mannschaft und den Rängen 5 und 9 in der Serie A, wechselte Criscito im Juni 2010 für 6 Millionen Euro endgültig zum CFC Genua. Im Juli 2011 wechselte er ins Ausland und unterschrieb bei Zenit St. Petersburg. Beim UEFA Cup-Sieger von 2008, trainiert von Lanzmann Luciano Spalletti, erhielt er einen Vertrag über fünf Jahre und kostete circa 12 Millionen Euro. Criscito durchlief seit der U17 sämtliche Jugendnationalmannschaften seines Landes und absolvierte 45 Juniorenländerspiele. Für die italienische U21-Nationalmannschaft debütierte er am 14. November 2006 bei einem Freundschaftsspiel gegen die U21-Auswahl Tschechiens. Am 12. August 2009 debütierte Criscito unter Markello Lippi beim 0 zu 0 im Freundschaftsspiel gegen die Schweiz in Basel in der italienischen A-Nationalmannschaft. In der Folge wurde er von Lippi auch in den Kader Italiens für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika nominiert. Der Abwehrspieler absolvierte alle drei Partien, schied mit den Azuri aber bereits in der Vorrunde als Gruppenletzter aus. Im Zusammenhang mit einem Wettskandal im italienischen Fußball wurde Ende Mai 2012 ein Ermittlungsverfahren gegen Criscito wegen des Verdachts auf Spielmanipulationen eingeleitet. Nach der Durchsuchung des Trainingsquartiers der italienischen Nationalmannschaft in Cavaciano, wo sich diese auf die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine vorbereitete, gab der italienische Fußballverband bekannt, Criscito nicht für die EM zu nominieren. Erfolge Campionato Primavera Russische Meisterschaft D許 ist geredet. Interessant